Seit einiger Zeit gibt es bei Zoom die Möglichkeit, Gebärdendolmetscher in die Videokonferenz zu integrieren. Und wie das genau funktioniert, was ihr dafür tun müsst, das zeige ich euch in diesem Video. Mein Name ist Tobias Albers-Heinemann und ich wünsche euch viel Spaß damit. Bevor wir diese Funktion überhaupt nutzen können, müssen wir sie in den Einstellungen unseres Bezahlaccounts aktivieren. Das heißt, ich logge mich unter Zoom.us mit meinen Benutzerdaten ein, gehe in die Einstellungen, wähle dann im Meeting erweitert und wähle mir dann Ansicht Gebärdendolmetschen aus und stelle sicher, dass dann hier der Haken gesetzt ist. Und dann steht die Funktion auch bei künftig geplanten Meetings zur Verfügung. Und das tue ich jetzt mal auch. Ich plane jetzt ein Meeting. Das ist jetzt egal, ob ich das über die Software oder über den Browser tue. Ich gebe jetzt hier mal einen Namen, Dolmetschen. Der Rest, das ist erstmal wie bei der Planung eines normalen Meetings auch. Wichtig ist, Meeting-ID automatisch erzeugen und nicht die persönliche Meeting-ID wählen und dann unten den Haken bei Videokanälen mit Gebärdendolmetschen unten auswählen, dass das gesetzt ist. Und dann steht auch nachher für die GebärdendolmetscherInnen ein separater Videokanal zur Verfügung. Ich klicke jetzt auf Speichern. Das Meeting wird angelegt. Und was ich jetzt gleich mache, ist hier ein bisschen umbauen und eine Zoom-Konferenz starten mit zwei weiteren Teilnehmern, wobei ich dann einen als Gebärdendolmetscher mit einsetzen werde. Von daher sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder und hinter mir ist nun eine Zoom-Konferenz gestartet. Einmal der Host-Account, das ist das Profilbild von mir, dass die Kamera jetzt ausgeschaltet. Dann auf der anderen Seite das iPad, was gleich als Gebärdendolmetscher mit eingebaut wird. Also das ist dann eine beliebige Benutzerin oder ein beliebiger Teilnehmer aus dem Meeting. Und dann eben noch ein Gast, damit wir hier auch nochmal in der separaten Ansicht sehen können, wie das Ganze aus der Sicht für die normalen TeilnehmerInnen auch aussieht. Gut. Als erstes muss ich als Host nun bestimmen, wer soll überhaupt Gebärdendolmetscherin oder Gebärdendolmetscher sein. Dafür klicke ich auf den Button Dolmetschen und kann mir jetzt direkt einen Namen suchen. Ich sage, okay, Benutzer iPad wird Gebärdendolmetscher und kann mir hier eine Sprache aussuchen, deutsche Gebärdensprache. Und habe dann hier die Möglichkeit, auch nochmal zusätzliche Gebärdensprachen auszuwählen, die dann parallel zur Verfügung stehen. Ich klicke auf Starten und in dem Moment verschwindet jetzt das Bild vom iPad aus dem eigentlichen Meeting. Und es erscheint unten ein Hinweis, dass Gebärdendolmetschen jetzt verfügbar ist. Schauen wir uns das Ganze aus der Sicht der TeilnehmerInnen und Teilnehmer an. Auch hier ist das iPad jetzt weg. Der Hinweis, Gebärdendolmetschen ist verfügbar. Und klicken die Teilnehmer, die jetzt eine Gebärdenunterstützung brauchen, auf Dolmetschen, können die sich hier ihre Sprache auswählen. Klicken hier drauf und dann erscheint ein freiskalierbares Fenster, was über der Videokonferenz schwebt und was auch in der Größe angepasst wird. Und das ist jetzt nämlich auch die besondere Neuerung, dass die Gebärdendolmetscher, die hatten wir vorher vielleicht über ein Spotlight-Video neben die Referentin oder den Referenten gestellt, dass die jetzt über der gesamten Videokonferenz in einer separaten Ebene nur zu sehen sind. Und das finde ich eine total coole Entwicklung, was auch wirklich Zugänglichkeit auch fördert, weil ich jetzt ja nicht nur Sprecherinnen und Sprecher und Gebärdendolmetscherinnen und Dolmetscher sehe, sondern die komplette Konferenz, die komplette Galerieansicht und mir dann einfach auch die Dolmetscherin so hochziehen kann, wie ich es möchte. Kantet ihr diese Funktion oder was haltet ihr davon? Welche Funktionen fehlen euch noch bei Zoom, damit ihr sagt, wow, so könnte man unsere Meetings doch ein bisschen barriereärmer noch gestalten? Schreibt mir das in die Kommentare, lasst uns darüber diskutieren, da würde ich mich wirklich sehr freuen. Und in diesem Sinne euch erstmal alles Gute und bis bald. Tschüss.